Hallöchen meine lieben Freunde, ihr habt und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von X-Rebirth und herzlich willkommen in verdammt leerer Raum, wieso leerer Raum, nein, herzlich willkommen in grüner Ring, genau, so jetzt ist wieder alles richtig, in grüner Ring und zwar grüner Ring ist unsere neue Zone, die wir ja schon, ja in einer der letzten Folgen quasi gegründet haben, durch den Bau der Teilplantage. Diese habe ich jetzt offscreen um Stufe 2 erweitert, weil wir zweimal die Produktion brauchen, sprich zweimal 5400 Weizen produzieren müssen und um eine Kommunikationsrelais erweitert. Zusätzlich habe ich jetzt die Zone noch weiter ausgebaut und zwar haben wir hier einmal direkt vor uns eine Gewürzplantage und dort einmal eine Agnuzucht, die Agnus sind so eine Art Rinder, Rindviechers. Dann habe ich offscreen zwischen der letzten Folge und dieser Folge, oh, ein Container, ähm, habe ich offscreen zwischen der letzten Folge und dieser mal ein bisschen in die Modifikationen rumgeschaut. Wir haben mal einen Manager besucht, äh, Manager sag ich schon, einen Mechaniker besucht und äh, siehe da, stellte sich doch tatsächlich heraus, wir haben haufenweise Modifikationen gehabt. Ob das klappt? Cool. Ähm, wir haben haufenweise Modifikationen gehabt, unter anderem für die Railgun. Da hatten wir die Modifikation für mehr Schaden. Oder da hatte ich die Modifikationen für mehr Schaden noch im, wow, im Inventar gehabt, alles hier rüber über so die Container immer aufgesammelt. Dann hatten wir noch die Modifikation für den Inerthammer, das wäre da, also Inerthammer hat modifiziert, die Plasma-Corona war ja schon modifiziert auf, äh, 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 Photon-Torpedos. Der Pulslaser ist nochmal modifiziert davon und der Partikelbeschleuniger und das Ding ist jetzt einfach nur, äh, äh, Hammer, weil, einfach mal kurz darauf achten, wie schnell die überhitzt. Fertig. Tödlich. Also da, da muss ich jetzt echt aufpassen, wie ich in Feuerreserve, also wie ich, wie ich schieße, dass ich echt nur kurze Feuerstöße rausgebe, aber das Ding einfach nur göttlich. Und wir sehen auch diese drei, die da in Klammern ist, das ist nämlich die höchste Stufe für die Modifikationen. Ich weiß gar nicht, wo kann man sich da die Modifikationen eigentlich angucken? Schiffsstatus? Nee. Nee. Moment. Ich weiß das gar nicht, wie man da schnell reinkommt, außer über den Manager. Kommen wir halt hier rüber, genau. Äh, Inerthammer hat bekommen diese Modifikation, die blaue, also ist ja quasi die zweite Seltenheitsstufe, es fängt ja an mit grün, da kommt blau. Die grünen kosten 5.000, die blauen kosten 25.000 und bei den Partikelbeschleuniger haben wir die Löhlerne drinnen. Diese kostet 250.000 oder 240.000 Credits zum Einbau. Und hier sehen wir schon, Abkühlrate ist erhöht, Feuerrate ist erhöht, äh, Projektilflugzeit ist erhöht um 10 Sekunden. Da weiß ich gar nicht, ob erhöhen um 10 Prozent, äh, 10 Prozent bedeutet, oder plus 10 Prozent bedeutet, dass sie langsamer fliegen, dass sie schneller fliegen. Das ist also mehr Zeit, weiß ich nicht, dass das so ganz, ganz, ganz komisch, oder dass sie länger unterwegs sind, bevor sie verschwinden. Weil die werden ja irgendwann, verschwinden sie ja quasi, damit sie nicht mehr existieren. Vielleicht bedeutet Flugzeit oder Projektilflugzeit, dass sie länger unterwegs sind, dementsprechend weiter fliegen können. Ähm, ja, Plasma-Kanone, da haben wir noch nichts drin, weil ich noch keine gefunden habe. Und bei der Railgun habe ich den Schaden um 30 Prozent erhöht. Wie gesagt, in der Zeit haben wir Feuerrate und Projektilflugzeit auch erhöht. Und bei dem Pulslaser hätte ich einmal das gehabt, Projektilgeschwindigkeit plus 10, oder Projektilgeschwindigkeit minus. Das heißt für mich, dass sie langsamer fliegen, aber denn hier Flugzeit und das, habe ich da einmal reingeklatscht. So, schauen wir uns mal unsere Teilplantage an. Aktuell bei den neuen Stationen noch immer ohne Manager. Hab noch keinen gefunden, der mir gefallen hat. Das hat auch ein bisschen Geld gekostet, muss ich gestehen. Denn, ähm, da ich ja ohne Mods spiele, mache ich es immer so, ich quatsche den Manager an. Äh, ja, Heuerin an, guckt mir seine Fähigkeiten an und dann kündige ich ihn mit Zweifelsfall wieder. So, das da unten, äh, Agnus, natürlich nicht die Teilplantage, das da sind Agnus. Agnus sind, sagen wir Rinder. Das sind Agnus, einmal hier und einmal da. Hier ist dann der Wasservorrat für die, weil die verbrauchen ja Wasser und Weizen. Bei den Agnus, äh, ist es so, wir brauchen erstmal nur eine Produktion, weil wir produzieren jetzt 1920 pro Stunde, wenn dann die Anlage läuft. Äh, verbrauchen 720 Energiezellen, also 720 Energiezellen, 1680 Weizen, 1680 Wasser, jeweils pro Stunde. Und das brauchen, mehr brauchen wir auch nicht, also wir brauchen wirklich nur diese paar. Da unten ist dann die Teilplantage, wir sehen schon, hier geht die Straße runter. Das sind übrigens auch, wenn ihr mal in anderen Zonen unterwegs seid, wo ihr, äh, gerade, ähm, zum Erkunden unterwegs seid, achtet auf diesen MPC-Verkehr. Ja, so hab ich schon einige Stationen gefunden, oder Zonen gefunden, gerade jetzt hier in, 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 wo ist es denn, Froststern? Genau, da wo wir denn diese, äh, Arorn, die Piraten-Arorn hatten. Äh, da hab ich auch nur das hier gesehen bei einer Station, da war so eine Wasseraufbereitungsanlage. Und hab dann gesehen, wie so ein MPC-Verkehr einfach nach da irgendwo in den Nebel verschwindet und bin ihm gefolgt. Und kam dann zur nächsten Station. So, Gewürzplantage, haben wir auch eine gebaut, erstmal nur für die Gewürzproduktion. Ja, wir könnten ja auch Raumkraut bauen. Und die produziert aktuell 3200 Gewürze pro Stunde, verbraucht 800 Energiezellen und 3600 Wasser. Kriegt sie gerade noch manuell geliefert, also ich hab gerade unsere Titorel beauftragt, hier eine Runde rum zu gondeln. Und das Ganze zu versorgen. Und wenn wir jetzt hier die Lager voll gemacht haben, wird danach die Grundnahrungsration, äh, die Grundnahrungsmittelfarm, ach, schwere Worte, äh, gebaut für die Nahrungsrationen. Und dann haben wir quasi Nahrungsrationen zum Nulltarif produziert, weil aktuell produzieren wir alles ohne Kosten. Denn Energiezellen werden kostenlos produziert, Wasser wird kostenlos produziert und der ganze Rest wird da raus produziert. Ist ja fast hier bei Faktorium, Mann. Ähm, ja, Energieversorgung habe ich aktuell schon Stufe 3 ausgebaut, also den dritten Sonnenkollektor nenne ich ihn mal. Hier noch ein Lager irgendwo, da noch ein Lager mit angebaut, offscreen, damit wir, äh, mehr Energiezellen produzieren und mehr einlagern können. Und im Moment noch immer das Problem, die Lagerstation funktioniert nicht. Sie will einfach nicht funktionieren. Ich, ich schaffe es nicht, dass der bei unseren Stationen, also der Manager hier bei unseren Stationen einkauft oder unsere Stationen hierher verkaufen. Das funktioniert nicht. Es, es will nicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Aktuell experimentiere ich rum, dass ich, ähm, die Stationen jetzt nach und nach... Ich habe sie erstmal abgeschalten, also in Anführungsstrichen abgeschalten. Abgeschalten bedeutet, ähm, sie ist noch so eingestellt wie vorher, aber sowohl das Wasseraufbereitungsanlage als auch die Energiezellenproduktion verkaufen an den NPCs, um an Kohle ranzukommen. Unsere Wasseraufbereitungsanlage hat dann in der kurzen Testphase, was waren's, ich glaube vier Stunden mal eben acht Millionen gemacht. Ähm, und hier, ja, das läuft einfach so mit ihren Einstellungen weiter. Ähm, habe das Lager erweitert für die, äh, für Erz. Zusätzlich noch, äh, beauftragt, dass er Eis einlagern soll. Und, ja, werde es jetzt so machen, dass ich nach und nach die Station ausbaue. Ähm, habe jetzt hier schon ein zweites Röhrenlager unten angebaut. Den zweiten... Na, wie heißt das schnell? Das Teil hier, komm, wie heißt das schnell? Doppellader, genau. Äh, den zweiten Doppel... Tesla-Doppellader, äh, angelegt. Da, und, äh, werde jetzt noch das dritte Röhrenlager... War das nicht hier hinten? Ähm, kommt jetzt als nächstes. Also ich werde diese Station jetzt hier komplett ausbauen. Dass wirklich alle... Da ist schon das dritte. Äh, dass wirklich alle Lagerbehälter dran sind, die ran müssen. Dann die gesamte Verteidigung wird offscreen ausgebaut. Also Titoral schmeißt gerade hier ein paar restliche Energiezellen, die Sonat hier rein. Ähm, nur um dann zu gucken, wenn sie komplett fertig gebaut ist. Vielleicht ist da gerade irgendwo ein Fehler im System, dass sie sagt, ich will nicht das machen, was ich machen soll, wenn ich nicht alle Lager habe. Kann ja durchaus sein, dass da irgendwo ein Deadlock drin ist, äh, der das verhindert, dass das Handeln so funktioniert, wie ich es gern hätte. Und dementsprechend werden wir das Ganze aktuell noch experimentell ein bisschen weiter testen. Ich glaube, wir könnten gerade... Der Auftrag ist ja, glaube ich, schon durch. Gehen wir mal die eigenen Bestände rein. Hier haben wir die ganze Station. Was ich noch cool fände, werde ich aber demnächst mal in einem Forum beitreten. Hier können wir erstmal die roten Dinger ignorieren. Das heißt bloß, dass sie keine Manager haben. Der meckert immer noch rum, weil er kein, ähm, Kommunikationsrelais hat. Kriegt aber auch bald ein neues. Ähm, im Forum werde ich mal bald demnächst mal eintragen, ob es eine Möglichkeit gibt. Oder an die Entwickler mal rantragen übers Forum. Ähm, dass das hier anders aufgelistet wird bei den Stationen. Dass bei den Stationen nicht so wie hier, einfach nur Stationen, und dann muss ich mir ja hier markieren, wo sind die hier, ne? Grüner Ring, Grüner Ring, Grüner Ring. Das hier ist in der Drachenhöhle. Ähm, dass die Stationen hier zwei Reiter drin sind. Einmal Drachenhöhle, einmal Grüner Ring. Also hier nach Zonen sortiert ist. Dass hier denn der Reiter Grüner Ring ist meinetwegen. Dann mache ich den auf und dann habe ich hier meine drei Stationen aus Grüner Ring aufgelistet. Das wäre noch eine Möglichkeit. So, jetzt gehen wir erstmal ins Lager rein. Ach, du heißt noch so? Echt? Hatte ich dich nicht umbenannt? Moment. Du heißt Wartung. Du heißt nicht so? Okay. Ähm. Quatsch. Rufen. Rufen muss ich dich. Rufen. Architekt. Konstruktion. Also, das ist das Grundmodul. Das ist fertig. Hat der Container dran. Äh, Kommunikation ist erledigt. Container ist gerade außen vor. Tesla ist fertig. Rührenlager ist fertig. Flüssigkeiten. Nehmen wir mal als nächstes das Flüssigkeits-Dingsi. Äh, erweitern können wir nichts, weil hier nichts drauf gebaut werden muss. Wir sagen einfach, okey dokey. Genau, mach das mal. Gehen auf zurück. Okay, müssen wir jetzt doch nochmal in die Details rein. Weil ich jetzt nicht weiß, ob er noch so eingestellt ist, wie er war. Oh mein Gott, das Schiff fliegt nicht mehr auf voller Geschwindigkeit. Ja, er kann es ja auch nicht. Ähm. Denn eingestellt war Handel lockiert. Nein, richtig. Kohle hat halt noch genug. Da ist noch was übrig, weil ich zwischendurch selbst geliefert habe. Einen Überschuss, den ich noch hatte. Denn das ist irgendwie so ein... Die sind nicht losgeworden. Ich weiß auch nicht warum. Dementsprechend, äh, ja. Ich werde hier aber auch nicht mehr los aktuell. Denn, äh, ich glaube, das beste Angebot sind, äh, Verkauf für minus 6%. Ich weiß nicht mal, wie der AEK war von den Dingern. Ähm. Dementsprechend, ja, lasse ich die einfach auf Lager. Schmeiße die dann irgendwann in eine Lagerstation rein und das ist gut. Ist dann auch Wurst. So. Aber. Das Ding soll erstmal bauen. Die anderen Stationen brauchen nichts bauen. Die sind jetzt soweit fertig. Wir könnten natürlich an der Energiestation noch ein bisschen rumfriemeln. Äh. Architekt. Guten Tag. Ich stehe zu Ihren Diensten. Hab ja hier aktuell den Architekten blockiert, genau. Haben Sie noch einen Wunsch? Nur keine falsche Bescheidenheit. Ich wollte nämlich eigentlich an das Lager ran. Hier muss mehr eingelagert werden. Sonst läuft die mir ständig voll, weil die halt nicht in die Lagerstation verkaufen kann. Ähm. Aber an das Lager komme ich nur ran. Wenn ich die Produktion ausbaue. Und das ist mein Problem. Kostet ein bisschen Kohle aktuell. Ich krabbel irgendwo bei 90 Millionen rum. Klingt vielleicht für den einen oder anderen viel. Aber wenn ich überlege, dass ich... Bevor ich mit dem ganzen Ausbau, so mit dem Bau der zwei Stationen, den Ausbau dieser Stationen begonnen habe, war ich bei 90.000. Ich mach zwischendurch immer meine... Meine, ähm... Hab die Titorel und die, äh... Ach, Groom sag ich schon, Rahanas immer rumgeschickt. Und das führte dazu, dass ich immer wieder unter 90 Millionen und dann wieder auf 90 Millionen hochkam. Eine vorzügliche Wahl. Wir werden sofort mit dem Bau beginnen. Hängen irgendwo bei den 90 Millionen halt fest. Ja, du darfst jetzt auch wieder handeln. Na, jetzt sehen wir, dass ich wieder bei 74... Äh, bei 33... Blah, bei 73 Millionen. Und aktuell gibt es keine schönen großen Angebote. So, den haben wir. Dann... Was brauchen wir in den Stationen? Heute ist so echt nur ein bisschen... Wir krabbeln hier in... In der Drachenhöhle und im grünen Ring ein bisschen rum. Warum grüner Ring sollte eigentlich klar sein? Der Name. Ähm, weil das hier nun mal Landwirtschaft im Prinzip nur ist. Es steht sogar schon der Plan für die nächsten Stationen. Also die nächste Zone. Die nächste Zone wird dann auf jeden Fall Ironforge heißen. Ja, wie bei WoW. Und... Da wird auf jeden Fall als nächstes eine Metallgießerei kommen. Das wäre die nächste Station, wo wir auf Null Kosten kommen. Genau, wo wir auf Null Kostenwert kommen, weil Eisenerz kaufen wir ein. Energie und... Ja, Energie und Nahrungsrationen produzieren wir ja dann selbst. Dementsprechend, ähm, kostet uns die Produktion von verstärkten Metallen. Nicht Metallpanzerung, sondern... Eh, nee, veredelt Metallen, nämlich gar nichts. So. Ja, Fusionsreaktoren liegen ja auch noch drei Stück auf Halde und Bio-Optische. Keine Ahnung warum. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wohin du jetzt noch fliegst. Geplante Flüge. Du fliegst zur... Zum Lager und gibst dort die letzten Energiezeiten ab. Genau. Das sollst du ruhig tun. Und danach kannst du... Weizen aufnehmen. Die Frage ist, wie viel. Wir brauchen in der Agnu Farm Weizen. Wir produzieren... Ist egal. Wir haben aber Laderraum... 75676... 75676... 75676... Handel... Zack... Kaufen... Glaub ich ein Massengut... Weizen... Weiter... Kannst du gar nicht 75676... Na okay, dann machst du einmal das voll. Das ist ein guter Deal. Wir sind auf der Weg zu Ihnen. Und dann verkaufst du den... Weizen... Kannst du gar nicht verkaufen. Kacke. Doch, kannst du. Müssen wir manuell machen, weil wir haben keinen Manager an Bord. Deswegen... Ohne Manager kein Handelsangebot im System drin. Also müssen wir es glaube ich manuell machen, indem wir dort an... Ranfliegen. Und dann müssten wir hier den Undock-Spot... Irgendwo... Haben... Da müsste er sein. Oder gibt es die Undock-Spots auch nur mit Managern? Verdammt! Wir müssen uns einen Manager besorgen. Hä? Das ist natürlich ärgerlich. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Äh... Schauen wir mal, ob hier rein zufällig... Stationen... Manager... Rufen... Ich möchte dich anheuern. Der wird nichts sein. Vielen Dank für die Anstellung. Ich werde Ihre Erwartungen nicht enttäuschen. Ja, so ein bisschen, dass ihr Manager... Ja, dann komm mal. Wir bremen es mal ein bisschen ab, dass der Ovo... Ich weiß gar nicht, wo er herkommt. Da kommt er. Komm, Dock an. Ich höre dich doch. Ja, Rückmeldung wäre auch schön. Gibt es auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Irgendwo haut er das System wieder kaputt. So, ne, da will ich andocken. Ne, ist doch immer unterwegs. Okay. Ah. Dann schmeißt man einmal raus. Hoffen wir mal, dass da wenigstens irgendwas bei Verwaltung kann. Alles andere ist mir eigentlich von den Werten her egal. Verwaltung muss ja gut sein. Zur Not schmeiße ich ihn mal wieder raus. Manager rufen, wie siehst du aus. Seigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Bitte schön. Der kann gar nichts. Na gut, wir nehmen ihn erstmal. Der soll ja nur die Handelsangebote machen. Ich will ja nur meine Sachen hier verkaufen können. Ich ziehe jetzt in mein Ausflug. Ich will einfach offscreen mal einen ordentlichen. Und dann wird er wieder rausgeworfen und dann ist gut. Oder renne noch mehr offscreen nur vom Manager zu Manager und versuche da über die großen Smalltalks genug Ausbildungsheftchen zu kriegen, um den zu pushen. Kann man ja auch machen, muss es doch meist noch länger. Ist aber kostengünstiger. Logischerweise. So, ah, Andockpunkte. So, wir wollen verkaufen. Weizen. Vergiss es. Äh, be, be, be. Handelsangebote, wo ist er denn? Unsere Titelrelle Massengut. Verkauf. Weizen. Weiter. Alles. 31,959. Einkauf. Weizen. Weiter. 31,959. Ja, ich knall die Lager voll. Ah. Ah. 31,959. Komm, 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 komm. 31,959. Okay. Verkaufen. 31,959. Zack. Verkaufen. Fertig. Wir sind auf der Wege. Damit haben wir jetzt hier genug Weizen eingelagert. Das letzte, was wir einlagern, sind Energiezellen. Weil davon haben wir mehr als genug. Und dann würde auch schon die Produktion dadurch starten. Deswegen mache ich erst Weizen rein. Ich mache erst Wasser rein. Und zum Schluss die Energiezellen. Weil die haben wir sowieso im Überschuss. Weizen ist aktuell nicht so der Überschuss. Ähm. Wenn wir da mal reinschauen. Wasser. Den kann ich schließen. Den kann ich schließen. Eigentlich soll der Reiter immer offen sein. Wasser ist halt Überschuss. Also Eis. Apropos Eistransporter. Ähm. Wir haben nur noch einen. Ähm. Wenn wir mal gucken. Nur noch den Alpha. Der Bravo. Wie soll ich sagen? Ähm. Der Bravo schwebt irgendwo leicht ausgeglüht hier hinten rum. Ähm. Als ich letztens, oder letztens, als ich vorhin unterwegs war, um die Konstruktionsschiffe zu holen, ist hier irgendwer aufgetaucht. Ich weiß nicht wer. Und ich weiß nicht warum. Und hat dann, okay mittlerweile ist das Wrack auch schon verschwunden. Ähm. Und hat dann hier unser Schiff zerlegt. Also dieses Corner Bravo ist weg. Ist jetzt aber nicht das Problem. Ich sag mal, noch haben wir Eis im Überschuss. Stört mich jetzt nicht groß. Ich werde die einfach offscreen kaufen. Oder neue holen. Dann ist gut. Aber damit wir schon am Ende von dieser Folge angekommen. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden uns morgen noch ein bisschen hier mit befassen. Also auch wieder ein bisschen mit den Stationen rumspielen. Ähm. Da hinten weiter ausbauen. Ein bisschen den Sinzer laufen lassen. Einfach mal gucken, was passiert. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis denn. Ciao.